Aber hier kommt alles zusammen, glaub ich. Bei mir generell eine schlechte Quiz-Performance. Mäßiger Sportsgeist. Und überhaupt allgemein langsam im Kopf sein, deswegen ... Ja, ihr müsst wirklich aufpassen. Am besten mit den Fingern mitzählen, wann diese zwei Antworten rum sind. Ja, okay. Besser ist ... Ey, wirklich, das ist ein guter Tipp. Eins? Das ist ein wirklich guter Tipp. Zwei? Final Fantasy, das ist korrekt. Ach komm, ich hab's ... Ich wollte nicht verschwenden. Das war wirklich einfach ein Wildguest. Aber ich hab's auch gedacht ... Ähm, Mara, damit ich's richtig verstehe, ne? Deine Beschreibung dient ja einzig und allein, einen zu verwirren auf ne falsche Fährte. Eigentlich sollte man sich die Ohren zuhalten am besten, ne? Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ist das EVE Online oder so? Ja, aber leider zu spät. Yes! Oh, sorry. Starlantern. Ich glaub, es war grade letzte Sekunde oben, als du's gesagt hast. Aber hier müssen wir hart bleiben, Mara, ne? Ja. Ach, dumm, super. Da wär ein sicherer Punkt, ja. Ja. Für dich natürlich auch. Hätt ich auch nicht gedacht, weil Donkey Kong ja auch in der letzten Folge schon vorkam, dass man noch mal ein Donkey Kong ... Hey, ist ein Spiel! Obwohl ich mich schon reingeeiert habe mit dieses Samurai-Spiel so ohne Nacken. Mit einem blöden Abdeckungsmanager. Das ist aber ne witzige ... Bowling, äh, Wee-Bowling ... Wee-Sports. Ja, Wee-Sports wär's gewesen. Wee-Bowling, come on. Wee-Bowling fast, äh, zählt nicht? Äh, ich würde schon Wee-Sports sagen. Also, es ist Bowling von Wee-Sports. Genau. Come on. Gönnen wir Colin den Punkt. Ich geb aber ganz ehrlich zu, der ist natürlich knallhart abgestaubt durch deine Assoziationsvorgabe gewesen. Ja. Fühlt sich schlecht an, der Punkt, aber ich nehm ihn trotzdem. Zu Recht auch. Ja. Ich muss echt aufhören, auf deine Erklärung da zu hören. Ja, ist schrecklich. Fühl mich schon ein bisschen schäbig. Destiny? Na, Mann! Richtig. Ich hab's die ganze Zeit schon gesehen. Und ich dachte mir, die haben doch nicht Destiny da reingepackt. Und ich hab sofort die Assoziation gehabt. Und in dem Moment mit dem ... Klar, das war viel ... Ja, klar, erinnert uns ans Unspielbar. Oh! Hätte ich auch hier schwere Karten gehabt. Genau deshalb natürlich, weil wir das Unspielbar gemacht haben. Ja, welches ist das Problem? Ich hab nur einen Tipp. Du hast auch noch zwei Tipps, Colin. Ja, lass mich doch mal. Äh, Benizis Spiel ist geil. Richtig? Hab ich grad weggeguckt. Ist das schrecklich? Das ist vor allem dein Spiel, ne? Ja, ich weiß, es ist mein Spiel. Weil ich dich grad angeguckt habe. Es war klar, dass es ein Adventure ist. Aber dass du das nicht erkannt hast, weil du hast doch meine Liebeserklärung auch mit dem Tue gemacht, oder? Und hast immer und ganz viel ... Ja, was haben die denn da auch für eine Stelle jetzt da genommen? Ich weiß, das hätte dein Spiel sein sollen. Ja. Weil du einfach nichts gemacht hast. Die haben mir gedacht, hau doch mal irgendeinen Adventure-Tipp raus. Ja, aber ich muss doch daraus lernen. Ich muss daraus lernen, ich hab doch so viele Forschende Fehler gemacht. Aber auch mal was riskieren. Ja, hab ich doch grade. Guitar Hero. Ja. Was? Haben wir irgendwas aus dem Spiel gesehen? Oder nur Titlescreen und Charakter? Nee, das war so eine Auswahl. Natürlich Freundin Paula. Nee, nee, klar. Ops. Star Wars. Night of the War for Public. Star Wars kommt schneller, lass ich gelten. Nee, ein ... Lol, Star Wars gilt. Ich hab vorher gesagt, das Franchise reicht mir hier bei dem. Ja, das Franchise ... Night of the Old Republic, Alter. Star Wars, come on. Da kommt ein Lichtschwert-Sound und Colin sagt einfach, Star Wars ist doch der lächerlichste Punkt aller Zeiten. Ja, es ist ein lächerlicher Punkt, aber es ist der ... Nee, Alter. Ich nehm ihn an, Mara. Das stimmt, natürlich. Es ist lächerlich. Es war der Lichtschwert-Sound, absolut, ist so. Ja, come on, Alter, sei stolz drauf auf den Punkt. Mh, ach du, der geht unter im Ergebnis. Das ist wie beim Fußballspiel. Irgendwann sagt man nur noch, wir haben super gewonnen. Star Wars. Ja, ja, ich weiß, aber man muss sich die Regeln ja auch ... Videospiel. Aber jetzt wird's spannend. Spyro! Colin war schnell. Link, äh, Zelda. Rechnung, Zelda. Rechnung, Link. Ja, aber bei Colin hat das gezählt. Link. Ja, richtig. Franchise. Nee, 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 nee. Doch, doch. Das war jetzt die ... Nee, nee, Moment. Das war dein Wee-Bowling-Moment. Nee, eben nicht mit Link, sondern mit Zelda. Den ich mir selber, aber die Vorlage habe mir selber gegeben. Genau, genau. Ich hab dir sogar noch die Zeit gelaufen. Ein Unterschied zu dem Bowling-Moment, wo ich dir die Vorlage gegeben hab. Hier möchte ich im Titel auf jeden Fall eine Tierart drin haben. Mario Kingdom Battle! Ja, richtig. Okay, genau, das konnte man ... Ja, okay. Ich, also, das war natürlich das ... Das ist eine verdammte Scheiße. Ich hab alle Worte gesagt, außer das Blut. Also, man muss ja mal wirklich sagen, im Titel ... Also, okay, ich sag nichts, aber im Titel kam kein Tier vor. Mario Kingdom Battle. Also, da willst du jetzt ... Willst du jetzt auf den letzten Meter? Ich sag's nur, Alter, es wird langsam ein bisschen viel. Also, Mara, du kannst, verwert mir den Punkt, wenn ... Also, wenn das jetzt, bitteschön ... Nein, den gibt's, du hast erst Rapids gesagt, und dann Mario Kingdom Battle zusammen. Ähm ... und dann macht man ... Möchtest du das? Ja, klar. Sieben, sieben. Nächster Punkt. Bist du Anwalt? Auf jeden Fall nicht dein Anwalt. Heute viele zweifelhafte Entscheidungen getroffen. Hoffentlich freu mich auf die Kommentare. Und wir machen weiter mit Video Nummer 18. Das Gute sind beide schlechte von dir. Ja, Rainbow Six, ne, das ist so, da sucht man sich aus dem Tom Clancy-Universum jetzt irgendeine Scheiße. Aber man hätte wahrscheinlich nicht assoziiert, dass es tatsächlich ... Das hat ja mit dem ... Oder nicht mehr so wahnsinnig viel, in meiner Erinnerung nach, mit dem aktuellen ... Mit Siege. Mit Siege zu tun und mit dem, was Ismaus-mäßig gespielt wird. Ja. Ja, dann würd ich sagen, ist Colin noch schnell vorbeigeschlängelt. Aber wirklich mit ein paar ... Er ginkt ja Sieger. Ganz klar. Also, entschuldige mal, ich hab das komplette Spiel genannt. Glückwunsch! Nee, also, was würde mir jetzt einfallen, da jetzt irgendwas zu monieren? Also, gar nicht, nee, nee. Ja, nur weil du dein Lieblingsspiel nicht erkennst, das ist ja nun auch nur partiell dann ... Ja. Nee, es ist vollkommen fair, alles wie abgelaufen. Und natürlich gönn ich Colin den Sieg auch 100 Prozent. Das Schöne ist, Tim, wir wissen beide, wenn's umgekehrt wär, hätt ich jetzt Copy-Paste diese Rede gehalten. Genau in dem Tonfall. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber es wäre ja niemals so abgelaufen, weil so eine schäbige Art und Weise, hier sich Punkte zu ergaunern, hätte ich auf jeden Fall niemals gemacht. Ich ... alles, was er sagt. Aber ich gönn dir alles, Colin. Ich weiß, wir gönn uns grundsätzlich alles. Nee, aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Können wir auch gerne noch mal wiederholen. Und dann mit ganz strengen Auslegungen. Also, dann muss der Titel eins zu eins genannt werden. So können wir's auch noch mal machen. Weil ich bin wirklich sehr gnädig in meiner Auslegung der Punkte, wie Tim erfahren musste. Ja, aber das ist ja auch durchaus legitim, ne? Also, wir haben ja beide gute Punkte gemacht. Auch unter anderem durch die großzügige Auslegung. Ja, das stimmt. Ja, Tim hat auch hier und da großzügig was bekommen, das stimmt. Was? Wo denn? Wo hab ich bitte großzügig was bekommen? Die ganze Zeit abgestaubt hast du. Gar nicht, Alter. Ich hab die Vorarbeit durch Ausschlussverfahren gemacht. Ich hab hier nichts großzügig bekommen. Bei mir war ein ganz anderer Maßstab hier angedicht worden. Wir kommen sicherlich beide sehr gerne wieder. Ist Tim komplett benachteiligt worden oder war alles fair? Was labert Tim für eine Scheiße? Komm, er hat den Sieg total verdient. Ich weiß überhaupt nicht, was er meint. Alle Punkte sind richtig fair vergeben worden. Das, vielen Dank. Damit wisst ihr jetzt, was ihr schreiben müsst. Abgezogen, ne? Toll, lieber, so, war richtig. Jetzt weißt du mal hier, Bo, ne? Star Wars. Während du noch mit, und das ist dann und dann rausgekommen. Jetzt gleich nenn ich den Titel Star Wars. Punkte einkassieren. So, war doch eine schöne Geschichte. Leck mich doch an. Boah. Aber, war gut. War schön, macht Spaß. Also, jetzt, wenn man gewinnt, macht's Spaß. Ja. Ich hätte auch, wenn ich verloren hätte, hätte ich auch Spaß gehabt. Hätte ich noch nicht zugegeben. Glaube nicht. Ups, die Kamera läuft noch. Hauptsache gewinnen um jeden Preis. Aber, aber, die Idee, dass man vielleicht auch ehrenhaft gewinnt, das ist völlig egal. Ja. Wenn du das gewusst hättest. Wenn du nicht einmal so auf den Boden wälzen. Oh nein. Bei We Bowling hättest du da nicht so auf die Zunge gebissen. Da wäre der Protest direkt eingereicht. We Bowling. Ja, und das zählt dann nicht, Alter. Guten Tag. Das soll ich für meinen Sohn, bitte, ähm, We Bowling kauft. Ja, in der wüsste so. Das haben wir nicht. Hau ab. Was haben sie denn irgendwo gehabt? We Bowling zählt doch was. Star Wars? Klar. Nehmen Sie irgendein Star Wars Spiel. Die sind alle gut. Ich hätte es nur mal denken können. Star Wars. Oh ja, klar. Oh Gott, danke euch. Ich werde einfach frei schwев�로. Ja, okay. Ich danke dir. Too much. Ich danke dir. Da hab ich den desuers Treat.